Hallöchen und weiter geht's mit Scorehero. Wir sind am 24. Spieltag. Zocken auswärts gegen die Wölfe. Mal gucken, was so geht. Ich bin gespannt. So, dann beginnen wir einfach mal. Ah, die führen doch gleich wieder, wa? 1-0, Alter, Mann, 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 Mann. So, 2-0 so ja schon. Heftig. Ah, da ist der gleich wieder da, ey, bitter. Gut, okay, dann müssen wir nochmal anders spielen. Oha, viel zu weit, viel zu weit. Da müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir das irgendwie besser machen können. So, jetzt hier Biomi. Oha, schönes Ding. Das war auf jeden Fall ein Tor. Alter, wir liegen trotzdem nur zurück. Fulltime, schade eigentlich. 2-1. Unter rechte Ecke, alles klar. Das wäre auf jeden Fall noch besser gewesen. Aber wie gesagt, erstmal sind wir durch. War auf jeden Fall ein harter Brocken, sich hier nach vorne zu spielen. Aber wir haben es geschafft. Von daher, zwei Sterne. Können mal mit Leben. Ich wünsch euch weiter. Bis dann. Tschö.